7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 hätte auch stimmen können so ich hoffe mal das stimmt ja stimmt sogar um ein Feld, äh um ein Zaun reicht's nicht so ich hoffe mal, ja Holz haben wir noch stimmt wir haben noch ein bisschen Holz dann wird auch so schnell Holz dann wird auch so schnell Holz Sticks so und daraus dann nochmal ein Zaun so, äh Heune nur so wenig zu beenden, hä? naja egal 16 so dann hier machen wir mal so ich weiß, es sieht jetzt noch nicht so, na doch sieht wahrscheinlich schon Hammer aus mit dem Tech-Chapex sieht's einfach Hammer aus mit dem Tech-Chapex sieht's einfach Hammer aus so 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 nein oder? Leute ich glaube ich hab's verkackt ne oder? das ist jetzt doch, das ist nicht so schlimm, passt schon ich muss auch schnell was gucken jetzt weiß ich nicht, ich glaub das waren vier, ne? ich wollte nämlich hier Wasser rein machen wollte ich hier Wasser rein machen, ja oder? ähm, ja hier mach ich Wasser rein so na komm so da mach ich Wasser rein wo ist die Hacke? wo ist die Hacke? dann, ein hä? man das war gar keine Hacke boh, okay na toll ich mach mal hier schnell auf hier wird aber wahrscheinlich noch nicht der Weg hinkommen und dann mach ich mir mal ne Hacke so und dann mach ich mir hier schnell so eins, zwei, drei, vier kommt da kein Wasser hin? wahrscheinlich nicht, ne? wie sieht denn hier Wasser aus, wenn ich fragen darf? hä, da soll jetzt Wasser hinkommen okay, da kommt Wasser hin, gut ne, okay, dann hier vier okay, dann geht es nur bis dahin vier, hatte ich doch richtig gesagt dann machen wir das anders dann muss ich hier nochmal vier dann mach ich hier nämlich den Weg hin so, vier und dann hier eins, zwei, drei, vier und dann beim fünften so rum gehört's aber das fällt sieht doch ganz gut aus, oder? hops schreibt in die Kommentare, ob es euch passt wenn nicht, dann ja, vielleicht können wir noch ein bisschen was umändern 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 es ist Monster Time ich mach auch schnell zu und hoff mal, dass hier nix spawnt haben wir Kohle? hä, Kohle? was macht unser Schaf auf unserem Feld? na, das ist... interessiert uns jetzt noch nicht hä, aber Kohle müssten wir doch eigentlich haben, ne? wir haben doch vorhin was... oder haben wir das alles... Mann ich bin viel schlauer ich hoffe jetzt echt mal, hier kommt kein Monster und es kommt gleich ein Creeper und dann war alles für die Cars so, ich geh mal schnell schlafen, ich hoffe mal ich schaff's noch bevor die Monster kommen aber jetzt passt unser Feld doch eigentlich, also ich finde es passt, es passt auf jeden Fall dann machen wir noch ganz viele andere Felder noch hinterher und dann passt es schon das Feld ist dann wie immer nur zum Schönstehen aber jetzt erstmal schlafen gut und dann haben wir unser Feldchen ups oh, Hexen ich lasse sie mal lieber oh oh, nein, oh man vier Schläge waren es, ne? dann weg, renn weg ich hoffe es kein anderer nee, nicht na, schlag doch nein, 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 nein perfekt, ey, war das nicht drei Schläge? da habe ich einen kritischen Schaden gemacht aber wenn man springt, dann macht man so das noch... auch mal, nein, ich bin ins Feld gegangen ich bin so ein Idiot komm her oh, nein, uh ja, jetzt bist du gefangen wer im Haus jetzt? hallo? so lange man sich nicht explodieren ist alles okay komm her stirb du böser du böser Creeper so und das ganze kommt dann noch auf die Anforderung auf der anderen Seite fällt mir grad ein da so dann jetzt habe ich da grad aufgemacht, dann kann ich da vielleicht mal kurz durchlaufen und dann hier nochmal so so, das ist hier ein kleines Feld wir können hier eigentlich ein paar Tierchen ja, wir machen hier ein paar Tierchen na, schau auf, du kommst mir grad recht dann bist du das erste Tierchen in unserer Versuchstation ha 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 Vielen Dank.